Ja, wunderschön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Interview. Ja, dann starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Stellt euch mal vor, wer ihr denn seid. Ja, ich bin Katharina. Ich bin seit 16 Jahren Beraterin für Online-Marketing, also schon sehr lange. Und seit ein paar Monaten Mitinhaberin einer Erfolgssamilie GmbH. Ja, ich bin der Christian. Seit 22 Jahren, man sieht mir das nicht an, aber ich bin tatsächlich schon so alt, bin ich im Verkaufstätigen. Also ich habe alles mögliche am Verkauf schon gemacht und habe ganz jung mit angefangen, mit 18 damals. Und ja, und habe jetzt auch mich mit der Katharina zusammengetan. Und ja, wir haben so ein bisschen dieses Ding online, die Online-Welt mit der Offline-Welt verbunden. Ja, das ist so unsere Mission, die wir haben. Wir lieben uns, mit Paaren zusammenzuarbeiten. Und wir wollen die Leute wirklich erfolgreich machen. Darum geht es uns. Aber nicht alle, vielleicht kommen wir später dazu, sondern wirklich darum. Uns ist es wichtig, dass wir Leute finden, die ihr Herzensbusiness gefunden haben, also die wirklich das machen, was sie wirklich lieben. Ich oder wir, wir sehen es eigentlich immer wieder draußen, dass die Leute schon irgendwie was tun, aber nicht so wirklich mit voller Power und Energie dahinter stehen. Und das finden wir so ein bisschen schade. Es kommt so oft dieser Denker rein, so der Kopf rein, und der dann irgendwie sagt, Mensch, da hast du doch eine bessere Möglichkeit oder hier ist die noch bessere Geschäftsidee und jetzt mach doch lieber mal das. Und da stehen wir eigentlich nicht so für. Wir haben entdeckt, dass Leute, egal wie toll die Geschäftsidee ist, wie toll das Produkt ist, was du vermarktest oder wie gut das System ist, wenn du dich da wohlfühlst in diesem System, wenn du wohlfühlst in deiner Umgebung, wenn du dich wohlfühlst in dem, was dir dein Produkt, was du bekommst, oder auch wenn wir jetzt gerade im Multi-Level-Marketing sind, in der ganzen Umgebung, wo du da bist, wenn du dich da wohlfühlst und zu Hause fühlst und das mit deinem Herzen machst, dann ist es richtig und dann kann man richtig durchstarten und diesen Leuten wollen wir. Ja, genau. Ja, das ist eine ganz tolle Vision und das bringt uns eigentlich auch schon zu der zweiten Frage. Wofür steht ihr beide? Was ist denn euer Kernthema? Ja, unser Kernthema hat Christian schon angesprochen. Wir haben Online-Marketing und Offline-Verkauf zusammen verbunden, weil natürlich kannst du alles online verkaufen, aber es gibt auch natürlich die Möglichkeit, auch persönlich zu verkaufen, aber auf diese Reichweite, die es Internet bietet, einfach zugreifen und Leute so in die Gespräche holen, die Verkaufsgespräche und da verkaufen. Und wir kümmern uns einfach verstärkt um die Paare, weil wir mitgekriegt haben oder wir selber sind ein Paar, geschäftlich wie privat, und wo wir dann unsere Kernkompetenzen, unsere Kraft und unsere Energie zusammengebracht haben, gebündelt haben, da ging es erst richtig los, aber so richtig los. Und das wollen wir den anderen Paaren beibringen, weil die Paare können sich komplett zerstören, die können sich komplett sabotieren, aber wenn sie das aufstellen, wenn sie in eine Richtung schauen, geschäftlich wie privat, dann passieren unglaubliche Dinge, sind unglaubliche Sachen möglich. Dann geht der Turbo los. Ja, cool. Ja, das erlebe ich tatsächlich auch selber. Wir haben ja viele Paare, die wir auch begleiten und das ist echt cool, ja, das ist, wie man sich der eine mit dem anderen ergänzt, wie man sich pushen kann gemeinsam, ja, das ist eine echt coole Vision. Ja, und was ist denn so der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir den Knackpunkt erwischt, jetzt haben wir die Phase oder den Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es eigentlich raus. Was war das so bei euch? Ja, das war, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das war wirklich dieser Punkt, wo wir dann gesehen haben, es gibt, also wir sind ja viel, wir haben uns im Übrigen auch auf einem Seminar kennengelernt, wir sind also Seminar-Junkie, von Persönlichkeitsentwicklungs-Junkies und Verkaufs-Junkies und wir haben uns wirklich viel angeguckt auch und haben immer gedacht, Mensch, auf der einen Seite Verkauf, kannst du dir angucken, gibt es super Leute da draußen, auf der anderen Seite im Online-Marketing, reine Online-Trainer gibt es mittlerweile auch richtig starke Leute, aber diese Verbindung zwischen diesen beiden Sachen, da ist immer so, das läuft nicht immer rund miteinander, hatten wir den Eindruck und das war eigentlich unser großer Knackpunkt, als wir uns irgendwann mal gesagt haben, Mensch, wir sind jetzt ein Paar und wir lieben uns so, wenn wir beide Business machen, lass uns das zusammenlegen, lass uns daraus wirklich eine wirklich starke, also die Energie bündeln und wirklich was ganz, ganz starkes und Großes machen. Und das war eigentlich unser Knackpunkt, wo wir gesagt haben, wow. Das war so der große Start von der Schubraketen. Ja, das glaube ich, ja. Und das zweite war, glaube ich, auch, wo wir dann auch für die Paare entschieden haben, wo man gesagt hat, Mensch, es sind nicht nur Paare, die wir begleiten, aber wir haben so ein Herz für die Paare entdeckt, das hat auch ein bisschen was mit unserer persönlichen Geschichte zu tun und das war auch nochmal so ein Thema, wo wir gesagt haben, wow, da kribbelt es. Wenn man sagt, Mensch, Paare wirklich dabei zu helfen, dass sie ihren Weg gehen, die Familie so ein bisschen zu stärken und diese Geschichten, das war uns eigentlich, das ist eigentlich das, was uns wirklich wichtig war. Oder was war die Frage, was der Knackpunkt war? Ich glaube, das ist, wenn du dein Warum gefunden hast, wenn du dein Ziel ganz klar vor den Augen ziehst und es kribbelt, dann geht es auf einmal los. Und wie ich gesagt habe, da ist auf einmal, es passieren einfach Sachen, die das möglich machen, und dass du da durchstartest und dass du der Welt hilfst und dass du auch dein Geld verdienst, vor allem. Ja. Ja. Das heißt, so ein bisschen Zielgruppendefinition, Zielgruppendefinition ist auch so ein Thema gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, mit dem zusammen habt ihr das dann gefunden, richtig? Ja, das hat uns einfach, ich habe jetzt ein paar gerade einen Hänger, aber ich glaube, mit der Zielgruppendefinition, ja, das war so, wir haben uns da nie so Gedanken gemacht und wir merken es auch mal draußen, die Leute machen sich dazu wenig Gedanken. Die denken, ach, ich will jedem helfen, ich kann jedem helfen und den muss ich auch haben. Und das ist irgendwie verrückt. Das ist, wenn man anfängt zu sagen, nein, ich will nicht mehr jedem helfen, da kommt der Erfolg. Das ist irgendwie, also wie es erlebt, und so erleben es auch immer wieder an unseren Kompis. Genau, also das war für uns praktisch ein Aha-Erlebnis, wo wir dann den Gedanken haben, oh, da sind die Paare. Und dann haben wir gesagt, wir können das machen, wir können den Paaren so helfen und so. Wir haben beide unglaubliche Kompetenzen, nicht nur was Online-Marketing angeht oder Verkauf angeht oder Persönlichkeitsentwicklung angeht oder dieses Fahrthema angeht. Aber wir können allen helfen, im Endeffekt. Aber wo dieser Gedanke kam, wir wollen den Paaren helfen, und zwar bestimmten Paaren, die zum Beispiel zusammen Business machen, da kam dieses, wow, jetzt geht's los. Und dann haben wir die auch angezogen. Das war dann also wirklich, dann haben wir Aufträge bekommen, dann haben wir einen guten Tag. Also es ging dann ganz, ganz schnell, also per Turbo-Booster quasi. Genau. Ja. Und das ist auch, was wir auch den Leuten mitgeben wollen. Vielleicht, wenn das irgendwer draußen sieht, wenn ihr spezialisiert euch auch, macht euch auch Gedanken dann darum, wem ihr helfen wollt, wem ihr wirklich hier mit dem Herz helfen wollt. Ja, cool. Also eine ganz tolle Vision und natürlich eine super wichtige Message, die wir da draußen verbreiten müssen. Ja, wir können allen helfen, das ist so. Aber es hilft nicht allen zu helfen, sondern es hilft nur, wenn wir wirklich ganz gezielt den helfen, denen wir akut helfen können, wo wir wirklich unser Herz haben, wo wir alles Energie freisetzen können dafür. Ja, also die muss einfach passen. Es gibt immer, ich sage ja, es gibt, für jeden gibt es eine Zielgruppe, für jeden gibt es Kunden. Nur muss man die halt einfach finden und nicht nur der Kunde, der mit dir arbeiten möchte, sondern du musst ja mit dem auch arbeiten möchtest. Du musst ganz genau wissen, ich kann ihm helfen, erstens, ich will ihm auch helfen. Und das ist das, was wir jetzt einfach als Erfahrung mitgenommen haben, für uns und auch unseren Coaches mitgeben und was die auch damit für Erfolge feiern, das ist unglaublich. Ja, genau das ist das große Thema. Also wirklich sich zuerst die Frage zu stellen, will ich dem helfen? Das ist Punkt eins. Es kommt für mich vor dem Kann überhaupt und danach kann ich ihm helfen und danach die Frage sich zu stellen, will er von mir geholfen bekommen? Das kommt dann als drittes. Und so gehen wir eigentlich die Sache ran. So ist die ganze Strategie aufgebaut. Okay. Ja, sehr cool. Also definitiv eine tolle Message, die ganz, ganz wichtig ist für alle da draußen, die das sehen. Ja. Ja, und was ist so für euch dann die größte Hürde gewesen, also die größte Herausforderung, die ihr nehmen musstet auf eurem Weg? Oh, welche? Welche? Mit Sicherheit ganz viele, das ist richtig. Aber es war so die größte. Was war so der, ja, wir haben am Anfang ja den Knackpunkt gehabt, okay, wann habt ihr das rausgekriegt, wann hat es wirklich funktioniert, aber was war davor, was war so die Hürde davor? Oh, es gab einige Hürden. Es gab einige Hürden. Also so ganz markante Hürde für mich war zum Beispiel, wo meine Welt komplett zusammengebrochen ist, wo ich, jetzt wird es privat, mit meinen, also ich habe zwei Kinder, wo ich mit meinen zwei Kindern meinen Ex-Mann verlassen habe und am gleichen Tag, wo ich den größten Kunden verloren habe, ich stand mit nichts da. Ich habe eine coole Entscheidung getroffen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, mal auf Reset-Knopf zu drücken, zu sagen, wir gehen auf die Weltreise. und ich habe innerhalb von drei Tagen Sachen gepackt, Kinder überall abgemeldet und wir sind einfach acht Monate weg gewesen. Und es war so mein Neustart, mein Reset, zu gucken, was will ich denn überhaupt, das war die größte Herausforderung für mich. Das ist selbstverständlich meine größte Herausforderung. Ja, also ich glaube, man hat ständig Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt so groß macht oder so klein macht. Das Leben ist ja im ständigen Wandel und ständiger Flow auch. Und es gibt aber ständig auch irgendwas, ich sage es mal so, ich würde es mal so sagen, wenn du Unternehmer bist oder wenn du überhaupt agierst oder aktiv am Leben teilnimmst, nennen wir es mal so, dann machst du vielleicht jeden Tag zehn Dinge. Und von diesen zehn Dingen ist es klar, dass zwei Dinge einfach mindestens, also zwei Dinge nicht laufen. Und dann gibt es Leute, die fokussieren sich auf diese zwei Dinge und denken, oh nein, oh nein, oh nein. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es da noch acht Dinge gibt. Und von diesen acht Dingen sind vielleicht, ich sage mal, fünf, welche die die jetzt okay sind. Und drei sind bei mir immer spitze. Bei mir ist es meistens so glatt. Oder noch anders, aber so ungefähr. Und die Sache ist so einfach die, konzentrier dich auf das, was gut läuft. Und die Herausforderungen wuchst du dann auch einfach. Und es kommt immer mal, es geht immer mal hoch und es geht immer mal an tief. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man auf einer guten Schwingung bleibt. Und einfach so dabei ist und gut ist. Und es gibt ganz viele Herausforderungen, um mal auf die Frage zu kommen. Aber mir fällt jetzt, was waren die letzte große Herausforderungen? Unser Webinar. Unser Webinar. Unser Webinar. Das war ein bisschen. Oder wir hatten auch, wir haben technische Themen schon gehabt, ja, und haben, oder haben wir genau gemacht, dass es einfach zu groß war. Das haben wir auch schon gemacht. Da hatten wir da tausend Leute drin, dann hatten wir technische Probleme. Das sind schon so Dinge, wo man halt einfach mal schwitzt. Aber wenn du einmal gefunden hast, was du wirklich liebst und machen willst, dann ist dir das alles egal. Dann schüttelst du dich und gehst einfach weiter. Und am nächsten Tag wirst du direkt schon wieder belohnt. Ja, das ist einfach so. Also es gibt kein Leben ohne Herausforderungen. Wir sagen jetzt auch, es gibt keine Probleme. Es gibt nur Herausforderungen oder noch ein besserer, wo wir jetzt einfach versuchen, zu 100% zu leben, entweder gewinnst du oder du lernst. Ganz einfach. Ja, das ist auch eine gewisse, die wir haben. Und eine Herausforderung war es natürlich, irgendwann mal anzufangen und zu sagen, okay, wir haben das vorhin angesprochen mit diesem, wir haben Offline-Business und Online-Business. Wie kriegt man das zusammen? Weil es gibt manchmal so, da gibt es so Knackpunkte und die dann aufzuweichen, das war so am Anfang schon ein bisschen ein Thema. Bis wir uns so eigentlich dann so zusammengeraucht haben und gesagt haben, so passt es für mich und so passt es auch für Katharina. Ja, genau. Und ich glaube, also noch jetzt auf dem Weg einfach, wo wir jetzt stehen, eine große Herausforderung war natürlich auch, öffentlich zu werden. Ja. Also, wenn du jetzt online verkaufen willst und gut verkaufen willst und hochpreisig verkaufen willst, musst du öffentlich sein. Du musst einfach stehen und deine Message ganz laut und ganz authentisch rüberbringen. und das war für uns auch eine Herausforderung und ich weiß, dass es für viele, viele Menschen draußen eine Herausforderung ist, wirklich dazu stehen, zum Beispiel bei Facebook zu sagen, hier bin ich. Ich hatte nur mit Paaren, weil ich daran glaube, weil ich glaube, dass die Paare halt einfach diese Kraft haben können und das war herausfordernd, ja. Ja, ja. Was ist so eure Message, wenn ihr sagt, okay, das ist so die Herausforderung, wie kann man das überwinden, wie habt ihr das überwunden tatsächlich? Also ihr habt ja schon ein bisschen was erzählt, wie ihr das gemacht habt, aber gibt es da so einen kurzen, sag mal so einen Aufhänger, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich das zentrale Thema? Also, ja, es gibt, also für mich, wenn ich mal anfangen darf, also es ist ja immer so, es gibt, manchmal steht man im Leben und man kommt nicht so richtig weiter. Du bist eingefroren. Schauen wir, du hörst uns doch. Ja, ja, ich höre dich. Alles gut. Manchmal steht man ja im Leben, man kommt nicht so richtig weiter und wenn das der Fall ist, dann kommen auch immer Leute und ich meine auch Tipps, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe so ein Ding erst vor drei, vier Monaten eigentlich aktuell gehabt. Da wusste ich, bevor wir dieses Ganze gestartet haben, ich wusste, ich will rausgehen, ich wollte Verkaufstrainer werden, ich wusste nicht genau wie und habe dann verschiedene Dinge versucht und habe mir natürlich auch Ziele gesetzt, um Ziele zu erreichen und habe aber nicht das Richtige gehabt. Und das war für mich auch eine Geschichte, also es war nicht so stimmig, 100 Prozent. Und dann, wenn das der Fall ist, dann muss man, also habe ich es dann auch gemacht, das war aber nicht einfach, weil du bist schon eine Weile in eine Richtung gegangen und du merkst, das ist nicht meins, das ist es noch nicht, es gibt noch etwas Besseres. Und dann reißt du die Zelte wieder ab. Ja, ich habe damals, wollte eine Verkaufs-App, wo es nur um Einwandbehandlungen und sowas ging, erstellen, war da recht weit, habe das schon getestet, die Leute fanden es eigentlich ganz gut, sie mussten noch ein paar Tests machen, dann dachte ich mir, irgendwie diese ganze Einwandbehandlung, das ist nicht mehr meins, ich will eigentlich mehr, ich will mit Unternehmern sprechen, ich will dieses Herzensbusiness entdecken. Aber das habe ich mich nicht gleich gefragt, ich habe nur gewusst, irgendwie so die richtige Erfüllung ist es nicht. Und dann ist es manchmal so, also wenn man vor solchen Dingen steht, sich wirklich in sich zu gehen und vielleicht sich dann auch mal die Zeit nehmen, entweder eine Weltreise oder wie es bei mir war, ich wollte eine Woche ins Kloster oder in so einen Aschram gehen, habe ich irgendwie dann doch nicht gemacht, aber ich war für mich alleine wirklich und habe es dann einfach auch mal losgelassen. Ich habe gesagt, Mensch, jetzt gehst du mal raus und verlässt mal dieses, es war ja auch wie eine Art Hamsterrad, wo du da gerade drin bist oder diese Autobahn, wo du gerade fährst und denkst, na, geht es weiter. Du gehst einfach mal raus, steigst aus dem Auto und guckst dir das von oben mal an und lässt dir einfach mal Zeit und gehst vielleicht angeln oder ein Bier trinken oder Fußball gucken oder machst irgendwas, machst was mit der Familie und lässt einfach mal los und das ist das, was mir einsteigt. Es gibt ja diesen Bespruch Erfolg hat Trago startet und tun und den liebe ich mittlerweile wieder, aber damals habe ich ihn gehasst. Er hat Erfolg hat mich gehasst. Du hast irgendwas, was du nicht willst und dann tun, was ich immer mit dem Kopf gegen die Wand und nochmal tun, Blut egal, nochmal damit. Und manchmal muss man sich neu orientieren, muss man sich essen, hat er immer gesagt. Und dann kriegt man auch große Herausforderungen für alle anderen, wenn das Herz stimmt, wenn man Herausforderungen hat. Also das heißt, es kommt was, wie zum Beispiel unser einiges Webinar. Also wir haben auch gute Webinare gehört, aber das eine ist komisch jetzt. Oder es kommt irgendein Brief von irgendwas, was nervt halt. Und wo du denkst, wir beide sind jetzt nicht so die administrativen Menschen. Und manchmal häufen sich dann die administrativen Briefe und dann müssen wir irgendwann da ran, ist das auch eine Herausforderung. Ja, Und dann ist einfach dieses Ding auf Schwingung zu bleiben. Dass man weiß, macht es eigentlich, was man macht, ist eigentlich toll. Und das ist jetzt das eine Herausforderung, die muss man einfach, da muss man sich mal annehmen. Aber das Grund, die Grundstimmung ist gut. Wenn man eine gute Grundstimmung hat, wenn man weiß, warum man was tut und wenn man helfen kann. Und das ist so, da geht es auch nicht um Geldverdienen oder so. Da geht es einfach darum, nur, dass es einfach eine Erfüllung ist in dem, was man tut. Wenn man diese Erfüllung erfährt, dann schafft man jede Herausforderung. Nur wenn man sie nicht hat, die Erfüllung, dann wie gesagt, Weltreise oder eine Woche ins Ashram. Schweigeashram. Ich wollte nach Indien, aber Katharina wollte mir dann Schwarzwald kugeln, da gibt es auch eins und dann noch ein bisschen Platz auf. Na ja. So war das. Und von mir ist noch ein kleiner Tipp, also gerade bei diesen, also ich sage jetzt mal, kleineren Herausforderungen, wenn zum Beispiel irgendwas nicht läuft oder ein Blöderbrief kommt oder ein Webinar schief läuft, was auch immer, dann kannst du dich fünf Minuten dein Drama hingeben, ich hole dann immer wieder, aber dann, du hast ja dein Ziel vor Augen, dann einfach Augen zu und weitergehen. Und dann wird es besser. Ja, das Weitergehen ist einfach verdammt wichtig. Ja, das ist richtig, genau. Man muss halt ein paar in diese Gesetze des Lebens denken, es geht runter und es geht hoch. Also es geht nie so, sondern es geht so. Und wenn du hier bist unten, dann weißt du ganz genau, irgendwann geht es wieder hoch. Und immer einfach nur dieses Vertrauen, dieses Vertrauen zu haben, dass es so sein wird und bis jetzt haben wir das Leben tausendfach bewiesen, dass es immer so ist. Und wenn man dieses Vertrauen hat, dann ist alles möglich. Ja. Ja, ja. Ja, cool. Super. Dankeschön schon mal dafür. Ja. Und abschließend vielleicht noch die Frage, ja, wir haben ja das große Event in Darmstadt und ja, warum sollen die Leute nach Darmstadt kommen? Warum sollen sie sich das Event angucken? Warum sollen die vielleicht auch euch sehen wollen? Ja, also wir lieben solche Events. Christian hat schon gesagt, wir sind Seminar-Junkies, weil du bist ja schon, auch wenn du Kerzens-Business machst, du bist alleine mit deinem Business oder mit deinen Partnern, du bist schon in einer Art Tunnel gefangen. Und es hilft unglaublich viel, einfach Impulse von draußen zu bekommen, neue Ideen kennenzulernen, mal einfach, manchmal sieht man die Sachen einfach nicht, die gerade mal am Außenrand stehen, von deinem Tunnel. Und da ist es unglaublich gut, solche Events zu besuchen, um einfach deinen Blick zu öffnen für drei Tage und dann motiviert nach Hause zu kommen, um vielleicht die Sachen doch anders zu machen. Vielleicht nur ein bisschen nach links, so ein bisschen nach rechts zu gehen oder einfach geradeaus. Und da sind solche Events. Gut, warum sollen sie zu uns kommen? Ja, also Events ist die Sache eben mit dem Auto, was ich gesagt habe. Das ist also, du fährst manchmal und du fährst gegen und du weißt nicht so genau, wie lange. Und manchmal ist es echt gut, auszusteigen, aus der Autobahn, aus deinem Auto, einfach dich mal zurückzulehnen und dich inspirieren zu lassen. Von möglichen Top-Leuten. Also da sind sehr, sehr gute Leute da. Und du musst auch, ich meine, du kannst, wenn du zu uns gehst, aber erst mal generell ist diese Veranstaltung natürlich super. Da sind ganz, ganz gute Leute da. Einige kennen wir auch davon, persönlich. Und da wissen wir einfach, dass die A, persönlich super drauf sind und dass die auch schon lange und erfolgreich im Business sind. Und von denen zu lernen und da maße ich, also bei mir, sowieso, also ich, bei mir gute Leute immer wieder an und ich höre mir Leute an, die wissen, von was sie reden und was sie von, wenn die verstehen, von was sie reden, ja, und da Erfahrung haben und das auch wieder mit dir am Herz machen, das sind wir wieder beim Herz. Dann höre ich mir das einfach gerne an, ja. Und bei uns, ja, lernst du, du wirst lernen, wie kannst du deine Online-Geschichten optimieren, wie kannst du deinen Verkauf optimieren, damit du erfolgreicher bist und darüber steht eigentlich, was uns wichtig ist, wie findest du das, was du machen möchtest, was du wirklich machst, wo du richtig Energie hast, oder? Ja, genau, und dann zeigen wir auch in unserem Workshop, wie du dann Online-Kunden anziehst, und zwar Kunden, mit denen du arbeiten möchtest und die mit dir arbeiten möchten und dann brauchst du eigentlich nicht mehr auf Druck verkaufen oder so, sondern die wollen, die wollen, die wollen. Ja, Ja, cool. Und gibt es einen Speaker, der jetzt in Darmstadt da ist, wo er sagt, okay, den möchte ich mir unbedingt auch selber angucken? Ja, auf jeden Fall muss er unseren Freund Gerhard Regen angucken, mit dem haben wir uns gestern getroffen und gesagt, also Gerhard, dein Vortrag auf jeden Fall und dann hat er auch gesagt, also zu uns muss er auch unbedingt. Ja, 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 und sonst sind alle gut, ja, wir werden uns mal inspirieren lassen, wir werden uns einfach leiden lassen, zu wem wir gehen, ja, aber Empfehlung, geh zu Gerhard. und zu euch. Ja, ja, cool, super, dann danke ich euch beiden für die tollen, offenen Worte, für die tollen Tipps, die ihr uns gegeben habt und ich freue mich und ich denke, da spreche ich für alle, wir freuen uns alle, euch persönlich tatsächlich in Darmstadt sehen zu dürfen und euch live zu erleben im Workshop und ja, vielen, vielen Dank und bis spätestens in Darmstadt. Ja, danke, super. Wir freuen uns auf jeden, der da vorbeikommt. Ja, auf jeden Fall, kommt vorbei und nimmt was mit, ja, okay, und dann geht's,